hallo meine lieben hier ist natascha mit einem weiteren video für euch heute blicken wir etwas in die vergangenheit zurück denn wir machen heute zusammen die wochen deko 37 das war ja die woche vom 12 bis zum 18 september ich weiß wir sind schon über einen monat in der zukunft wir sind schon im oktober angekommen ende oktober aber ich bin zeitlich einfach nicht in der lage gewesen meine videos vorher zu bearbeiten zu schneiden und deswegen kommt das halt jetzt erst ich habe hier meine planer seiten rausgenommen habe die mit einer schablone und mit abgerissenen drucker papier schmierzetteln so abgetrennt dass ich halt nur eine bestimmte ecke einfärben kann mit den distress farben habe ich jetzt so ein muster gewischt mit den wunderschönen schminkpinseln oder blending brushes wir haben hier antik leinen das ist ein heller ton und dann gehen wir noch ein bisschen mit dem vintage foto drüber das gibt dann noch einen richtigen schönen dunkelbraunen ton die schablone ist von ideen mit herz von der frau jeten meyer ich habe hier die äußeren kanten quasi mit der mit dem muster eingefärbt und setzt mir hier noch kleine akzente das ist eine schablone von dutch double dutch dubadoo irgendwie sowas holländischer hersteller mein ich war das das ist wieder vintage foto und meinen blending brush und ich selbst mir sozusagen ja fake kaffee grenze denn die ganze woche ist eine kaffee woche derjenige der mich kennt der weiß inzwischen gehört kaffee zu meinen lieblingsgetränken und ja da freue ich mich immer wieder wenn ich was zum thema kaffee gestalten kann hier habe ich aus einem action set kaffee bohnen ausgepickt und habt ihr auf einen acrylblock montiert habe hier mein stempelkissen in auch glaube ich ist ein kaffee oder espresso ton ein schönes braun und setzt mir halt weitere akzente beziehungsweise stempel mir halt jetzt die kaffee bohnen mehrmals auf meine wochendeko natürlich wie immer nicht vergessen stempel reinigen wegräumen dann geht auch nichts verloren ich habe hier noch ein weiteres action set und da habe ich mir jetzt die den kaffee to go becher ausgesucht und auch den stempel ich einfach oben drauf das erste war halt nicht so gut gelungen deswegen habe ich ein zweites mal drüber gestempelt musste auch mit meinem kopf gerade in die kamera das tut mir leid aber manchmal muss man halt richtig sehen können und ja damit haben wir unseren hintergrund eigentlich so gut wie fertig ich habe jetzt nur noch einmal einen alphabet stempel ist das mir rausgepickt das ist auch wieder ein action set also wir haben wir inzwischen so viele kirsten von action gesammelt über die jahre und da gibt es halt wirklich so viele tolle motive dabei und manchmal brauchen wir wirklich wie hier nur drei kleine stempelchen und dann kann man seinen hintergrund in individuell gestalten stempeln das ist echt ja einfach getan ich habe auch noch ein anderes set gefunden wo ich noch ganz ganz kleine eingefärbte also durchgehend also so naht silhouette stempel zum thema kaffee habe da sind auch kaffeebohnen halt nur in ganz ganz klein und ja wiederholung oder halt wie in dem fall einfach diese ansammlung von verschiedenen motiven ergibt halt am ende wirklich ein schönes gesamtbild und hier habe ich noch einmal sozusagen ein kaffee kranz den kann ich halt stempeln also der ist etwas kleiner als das was ich vorher gewischt habe also auch eine art wiederholung aber anders das stempel ich hier mit vintage foto und das ist auch nicht so tragisch wenn der stempel abdruck in dem fall auch nicht perfekt wird auch das war meine kaffeekasse ja wie gesagt kaffee ist einfach mein getränk so jetzt haben wir alles fertig können wir es beiseite räumen ich habe mir meine stempel hilfe rausgeholt als hauptmotiv habe ich mich für die stempel entschieden von kini k designs leider gibt es die firma auch nicht mehr aber ich weiß ja wie das ist man sammelt ja über die jahre alles mögliche an es gibt auch viele stempel hersteller die es gar nicht mehr gibt und ja also hier geht es weiter mit unseren wochenzahlen sage ich mal die habe ich wieder aus dem selben set verwendet wie die anderen auch dass es wenn ich das jetzt finde kreativ zeitlos eigentlich ein baby album aber ich habe ja dieses jahr damit angefangen und habe auch den stempel woche aus diesem set und stempel mir das ganze halt zusammen übereinander da ist mir glaube ich auch was beim zweiten stempeln verrutscht da habe ich mich halt geärgert aber das hilft nichts also einfach von vorne loslegen das ist ja das schöne also ist es ja nur sage ich mal ein stück papier oder in dem fall ist das ja etikettierklebepapier das tut dem ganzen keinen abbruch dann muss man halt einmal neu ansetzen neu stempeln aber auch sagen wir diesen fehler habe ich jetzt drinnen behalten und um einfach zu zeigen auch bei mir klappt nicht immer alles beim ersten durchgang manchmal muss ich auch zweimal anfangen und wie gesagt das ist ärgerlich hier habe ich das stempelkissen gewechselt ich habe das versafine genommen weil es einfach einen besseren schwarzen abdruck bietet also wenn man da nicht unbedingt jetzt keine ahnung mit alkohol markern drüber geht ist das ja super das ist ja auf ölbasis das akabel ink ist halt etwas schnell trocknend also da habe ich ab und zu probleme wenn ich dann schwarz stempeln möchte dass mein ergebnis nicht so schwarz wird will wie ich es gerne hätte so hier habe ich die wochentage in deutsch von kreales das ist die 106 de so heiße minister stempel set das habe ich auch letztes jahr zu weihnachten geschenk bekommen von der lieben freundin und das ist quasi mein einziges deutschsprachiges set ich finde es gibt schon einige deutsche stempel auf markt aber die gefallen mir vom design her nicht oder die sind einfach viel zu klobig viel zu riesig ich mag halt lieber filigrane feine sachen und da fehlt mir halt irgendwie das ja oder ich ich bin einfach blind und sehe die nicht ich weiß es nicht also das was ich bis jetzt entdeckt habe hat mir echt nicht gefallen auch dieses set ist relativ groß gut ich schneide das hinterher aus und klebt dann halt auch in mein planer und mein planer ist a5 ich habe sozusagen auch die fläche dafür da wäre der planer jetzt kleiner würden die schon mal zum beispiel auch gar nicht passen hier ist mein kreis stanzer den benutze ich auch für jede wochendeko und stanz mir halt meine meinen kleinen sticker aus hier habe ich das ganze alles schon mal vorgeschnitten sozusagen weil das mache ich nicht vor der kamera das würde das video noch weiter in die länge ziehen obwohl ich euch schon eigentlich die videodatei in fünffacher geschwindigkeit zeige ich mache mit einem fineliner hier in braun meine abtrennungen ich teile die linke seite in drei teile die rechte seite in vier wobei ich halt den dritten kasten noch mal halbiere das ist halt mein wochenende weil sind wir mal ehrlich man möchte auch irgendwann am wochenende ein bisschen auch ausspannen da hat man meistens nicht so die to do's und vielleicht auch andere verpflichtungen die vielleicht eher der familie verbunden sind oder freunden da brauche ich zumindest keinen großen platz da reicht mir der halbe kasten schon aus aus dem stempel set von action was wir vorher schon einmal in der hand hatten habe ich mir noch zwei kleine motive ausgesucht einmal ein buch und einmal diesen kaffee to go becher denn stempel ich jetzt auch auf karteikarte wie ihr seht auch ist das ein reststück weil das sind so kleine motive da braucht man echt nicht viel und die werden hinterher auch genauso ausgeschnitten die richtig großen motive stempeln sich inzwischen auch auf festem papier wie karteikarte oder aquarellpapier weil einfach das ganze für mich einfach leichter ist das hinterher zu ausmalen so hier werden auch schon die ganzen aufkleber von der trägerfolie befreit und aufgeklebt ich habe erst mal geguckt wie ich meine mein wochen sticker aufklebe und die wochentage die variieren bei mir auch ich setze das auch meistens nach gefühl mal in die ecke mal lieber nach oben und da habe ich auch keinen bestimmten platz dafür ich habe ja vorher das motiv dran gehalten ich weiß dass ich das in der linken ecke haben wollte oder am linken rand besser gesagt deswegen versuche ich halt zum beispiel den linken rand jetzt frei zu lassen und die wochentage halt auf die rechte seite zukommen zu zu kleben damit ich halt ich weiß nicht so eine art ausgleich habe das ist mein friction stift da trage ich jetzt die wochentage noch dazu ein und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch kolorieren ich habe dieses mal eigentlich so so gesehen mich da jetzt irgendwie relativ einfach dran begeben ich habe einfach mir aquarellstift in die hand genommen mein wassertank pinsel und habe die farbe dann direkt vom von der spitze des stiftes genommen irgendwie in letzter zeit komme ich damit besser zurecht es hinterlässt keine schlieren und ich kann das viel besser verblenden und auslaufen lassen ich denke mal das liegt jetzt daran dass ich mit mit den reinkern in letzter zeit so oft koloriert habe und halt dann auch erst in die farbe reingehe und dann die farbe verteile das war jetzt das buch und da der café to go becher wie ihr seht das war ein bisschen mit braun gewischt und das war jetzt auch wirklich ich sag mal die leichte variante bei dem mädchen oder bei der jungen dame habe ich mich dann auch ich sag mal ich habe die farbe nur leicht aufgetragen ich habe das auch nur leicht startiert man kann sich natürlich auch bei einer koloration wirklich sehr viel zeit lassen man kann auch eine stunde oder zwei an einem motiv verbringen und das wollte ich halt nicht weil ich weiß dass sich ein planer der ist halt für mich das ist keine karte die ich verschenke und das ist irgendwie da setze ich nicht so viel wert drauf also es macht schon spaß auch mal ich sag mal leichter oder heller zu kolorieren vielleicht nicht so viel zeit da rein zu investieren einfach spaß beim malen zu haben und ja dadurch dass es halt eine kaffee woche ist habe ich mich hier auch weitgehend auf ich meine so erdtöne grautöne beschränkt manchmal fällt einem das wort nicht ein ich wollte halt dass das ganze einfach harmonisch bleibt mit dem ganzen hintergrund und so zusammen wirkt ich habe ja mit bestönen gearbeitet mit brauntönen und dementsprechend auch jetzt die kleidung die shopping taschen so ein bisschen öko style kann man sagen aber ja also so ein brauntöne habe ich das ganze koloriert und auch hier man sieht das jetzt zwar nicht weil ich dann sehr ran gesummt habe damit ihr wirklich das motiv gut erkennen könnt ich nehme die farbe wirklich von der spitze des aquarellstiftes und übertrag das auf meinen motiv bis auf das t-shirt das so ein bisschen bläulich ist oder so ein blau grau wird wird das wirklich alles so braun und das ganze natürlich noch grau schattiert damit das ein bisschen so ja lebendiger wirkt ein bisschen plastischer und auch wie vorher das video das ist alles in fünffacher geschwindigkeit das heißt selbst wenn ich wollte so schnell kann ich nicht kolorieren wäre super toll wenn man das könnte weil er wäre man wirklich immer fix fertig aber nein und ich weiß nicht warum aber ich mag persönlich nicht wenn man videos einfach mit musik hinterlegt weil ich kann also ich höre gerne musik aber bei videos gucken weiß ich nicht ist mir angenehmer dass ich dann eine stimme zu habe als wenn ich dann irgendwelche musik abgespielt wird und ich mich wirklich mit mit meinen augen auf das bild konzentrieren muss ich kann er eine sprache folgen und kann nebenbei was anderes machen als tatsächlich konzentriert die ganze zeit auf den bildschirm zu schauen weil komme ich irgendwie mit meinen sachen auch nicht vorwärts das heißt also wenn ich selber bastle gucke ich meistens auch videos dabei oder eine sendung serie oder ein anime oder irgendwas in der art ja und ich glaube man macht ja auch seine erfahrung und mit der zeit merkt man halt was man selber persönlich mag und was nicht und ich möchte halt meine videos so machen wie es mir gefällt womit ich mich wohlfühle und ja hier war schon der weiße gel stift im einsatz ich habe noch die augen quasi die das augenlicht noch mal betont und hier kleben wir auch schon die fertig kollegierten und ausgeschnitten motive mit unserem flüssig kleber das ist mein tonic studios techy glue auf die seiten auf wie gesagt das motiv ist relativ groß deswegen war für mich auch vorher schon klar außer diesem mädchen wird auf die linke seite dann nichts mehr drauf kommen und damit der ausgleich halt da ist und nicht nur die linke seite schön und es wollte ich dann halt auch paar kleine motive auf die rechte seite setzen so ein bisschen mein wochenende quasi betonen ja das ganze nur noch in planer reingesetzt und wir sind fertig ich hoffe das video hat euch gefallen und ich versuche mich dran zu halten und das nächste video bald schon wieder hoch zu laden das wird keine planer video werden das wird eine karte beziehungsweise zwei karten ich freue mich auf euch und ich hoffe ihr freut euch auch auf mein nächstes video bis dann tschüss